Nun ist es raus, die FED-Zinsentscheidung und vor allen Dingen das begleitende Statement und da können wir jetzt eine Stunde drüber reden, ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen. Der Markt entscheidet das und er hat entschieden und wir gucken uns das ganze mal eine Stufe genauer an. Starten wir mal mit dem S&P 500 und wir sehen, dass wir vor dem Ereignis ja in etwa diese typische Korrekturmöglichkeit hatten, eben diesen Trendkanal. Da war es noch nicht ganz so weit fortgeschritten, da sah es noch so halbwegs so aus. So war die Situation mit Erwartungshaltung, dass es irgendwie da hochgeht. Das ist jetzt nicht, weil es immer so sein muss, aber das sind also typische Orientierungspunkte und machen wir uns nichts vor, Marktteilnehmer orientieren sich an typischen Orientierungspunkten, deshalb heißen sie ja auch entsprechend so. Das heißt, bis zum damaligen Zeitpunkt wusste man noch nicht, was wirklich passiert. Allerdings zum Zeitpunkt dieser Geschichte, zum Bruch dieser Geschichte ist eigentlich klar gewesen, dass das bullische Bild nicht relevant ist. Und jetzt kommt natürlich das Fiese in solchen Marktsituationen, weshalb ich immer sage, handelt nicht kurzfristig zu und um diese Termine. Der Kurs ist runter und hat quasi hier ganz klar gemacht, das bullische Bild ist es nicht. Das ganze Szenario passt nicht in ein bullisches Bild, denn wenn das wirklich der Startpunkt sein sollte, kann der nicht tiefer liegen. Das macht so keinen Sinn. Es würde dann wieder bullisch werden, wenn wir dann jetzt Schub hoch, wackelig runter und irgendwie was triggern, dann hätte man vielleicht eine Chance dafür. Aber eigentlich ist das bullische Bild an dieser Stelle quasi kaputt gegangen. Der Markt hat, wie das so typisch ist, nachher noch mal gegengesteuert. Das ist nicht untypisch. Das war jetzt hier so zur Pressekonferenz, ist der Kurs nochmal eben nach oben geschossen. Aber das Signal, dass das bullische Bild zerstört war, war spätestens an dieser Stelle gesetzt. So, wie gesagt, wenn der Kurs jetzt nach diesem Anstieg, den wir jetzt hier hatten, hier jetzt wackelig runter, dann hätte ich gesagt, ah, okay, sie hätten sich nochmal eines Besseren belehrt. Aber ist nicht wackelig. Und dann hätte man eben hier auf dieser Oberseite des Trendkanals, beziehungsweise die Zwischenhochs, hätte man sich seine Longs gesucht. Er ist aber nicht wackelig runter, steil runter, was dieser Idee, dass das bullische Bild zerstört ist mit Bruch dieser Marke hier eben, das tatsächlich unterstreicht. Daran seht ihr, es geht gar nicht, ich lese das häufig, dass viele sagen dann, ja, Kaffeesatzleserei. Ich finde, Kaffeesatzleserei ist super. Wenn ich nämlich einen Kaffeesatz habe, weiß ich, dass ich zu viel Mehl benutzt habe oder mein Filter nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich weiß, ich habe schon eine Idee, was ich nächstes Mal besser machen muss. Denn normalerweise trinke ich den Kaffee gerne ohne den Satz unten drin. Also insofern ist selbst Kaffeesatzleserei hilfreich, um Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen. Na gut, ich konstruiere etwas, aber ich will damit nur zeigen, es sind Anzeichen, die für etwas stehen. Das ist keine zwangsweise Situation, aber ich kann meine Orientierung für den Handel daraufhin ausrichten. Und das ist etwas, was ich euch eben sehr gerne mitgeben möchte, dass ihr diese Orientierung nachvollzieht hier eben in diesem Fall. So, also wir sind stark auf der Abwärtsseite unterwegs. Jetzt sehen wir, dass wir hier nach oben gelaufen sind. Das war eine Aufwärtsbewegung. Überlegt selber, wie viel wellig ist das? Aus meiner Sicht ist das dreiwellig, also fünfwellig ist es nicht. Fünfwellig ohne Überlappung sähe zum Beispiel so aus. Also der erste Teil wäre ja noch denkbar, aber dann hätte er jetzt hier nach oben gehen müssen und nicht sich weiter nach unten eben fortsetzen. Also insofern keine Chance im Moment für das bullische Bild. Wir sind nach wie vor in einem negativen, in einem bärischen Szenario. Ja, wir sehen das hier jetzt im Fünf-Minuten-Chart auch hier, wenn er mal wackelig hochkommt, dreiwellig hochkommt. Ob das jetzt eine tolle Situation zum Traden ist, mal dahingestellt, aber achtet immer drauf, dreiwellig ist typischerweise nicht das, was ihr am tollsten findet, wenn es die neue Richtung angeht. Sprich, Brüche dieser Marke sind eher Anzeichen dafür, dass es die falsche Richtung ist. Das gilt umgekehrt genauso. Wenn der Kurs jetzt hier geht, ich würde sagen, das ist durchaus dreiwellig aufzufassen. Also diese Marke hier, 3.822 beim Future-Kontrakt wohlgemerkt, achtet drauf, wenn ihr andere Kontrakte handelt, kann der Preis etwas woanders liegen. Das ist das frühnachmittagliche Hoch jetzt hier 14.50 am heutigen Donnerstag. Wenn er da durchgeht, ja, dann ist das wohl erstmal obsolet das Szenario. Ist das ein guter Einstieg? Dafür ist mir der Rücksetzer zu tief und das war korrektiv. Vorsichtig, das wäre was anderes, wenn hier vorne ein Impuls wäre mit einer kleinen Rücksetzerbewegung, aber wir sind korrektiv nach oben. Das ist der Grund, warum auch dieser Dreiweller hier zwar indiziert, dass es wohl eher nach oben geht, aber meine Erwartungshaltung ist ja, dass es das in einem Impuls tut, so wie vorne. Aber vorne war ja kein Impuls, also kein Hinweis. Nichtsdestotrotz, ihr werdet auch mit dieser Sichtweise immer wieder falsch liegen. Bitte, bitte, bitte geht nicht davon aus, dass ihr mit dieser Sichtweise das nie mehr falsch interpretiert und sagt, ich kann keine negativen Trades mehr damit haben. Doch werdet ihr leider. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Chance, auf der falschen Seite zu liegen, sind dann geringer. Und ich sage mal, wenn ich hier jetzt doch eingestiegen wäre mit Erwartungshaltung, dass das hier irgendwo hinführt und mein Stop hier liegt, dann ist es immer noch günstiger, die Stop-Seite, als die Gewinn-Seite. Ja, auch wenn das jetzt hier in dem konkreten Fall nicht geklappt hat, aber wie gesagt, die Vorgeschichte war ja schon dreiwellig, nicht impulsiv. Deshalb nicht so wirklich doll. So, wir sind also nach wie vor in der Abwärtsrichtung. Achtet so ein bisschen im Laufe des Nachmittags, solange es korrektiv nach unten geht. Es ist wohl eher die Abwärtsseite, die noch gilt. Also bleibt eher auf der Short-Seite verhaftet, falls ihr schon Short seid. Trailt den Stop dann halt hinterher, also zieht ihn hinterher, solange ist alles aber safe, was die Richtung angeht. Erst wenn der Kurs idealerweise ein neues Tief macht und anschließend einen Schub nach oben und wackele ich runter, dann rechnet damit vorsichtig mindestens, dass es mit Chancen auf mehr kommt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind schon ein ganzes Stück jetzt runtergelaufen und mal eine Gegenbewegung tätet dem Markt auch durchaus mal gut. Wobei man sagen muss, ein bisschen Gegenbewegung hatten wir hier ja schon. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass das so kommt. Das ist nur ein Vorschlag. Und wer jetzt sagt, ja, ich brauche es aber konkret, hier habt es konkret, an der Stelle. Das müsst ihr abwarten, das müsst ihr abwarten, den Bruch abwarten, dann habt es konkret. Bitte das niemals vergessen. Nicht so von wegen, er hat er gemalt, er erwartet also, dass der Kurs dreht. Nö, erwarte ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur blöder Trader. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich weiß aber, wenn er sowas macht und sowas macht, das ist lukrativ umzusetzen, weil meine Chance, Risikoverhältnisse passen. Vorne Impuls, also Schub, fünfwellig, überlappungsfrei, irgendwie sowas in die Richtung. Also zumindest mal nicht korrektiv, dann eine Korrektur hier. Das lässt sich sinnvoll umsetzen. So, gucken wir mal, wie es bei den Kollegen aussieht. Gucken wir kurz auf den Dow Jones. Das Bild ist natürlich im Wesentlichen das Gleiche, auch das Gezappel, was wir hier hatten. Also da gibt es nichts Neues hinzuzusetzen oder hinzuzufügen. Auch hier gilt die Abwärtsseite noch. Ich würde mich jetzt nicht wundern, das ist jetzt nicht Pflicht, aber dass wir tatsächlich noch mal angreifen, das Tief, was wir hatten hier im Juni, Mitte Juni irgendwann, im Dow war das umgerechnet 29.640 beim Future. Ihr könnt natürlich auch gucken beim Index. Da ist es beim Index gewesen bei 29.656. Also, dass wir das noch mal angreifen, halte ich für sehr realistisch. Was heißt das jetzt mit dem Angreifen? Naja, dass wir da noch mal hingehen und typisch wäre, dass wir es noch mal unterschreiten, und dann wird entschieden, ob der Markt nicht dann mal sagt, naja, gut, jetzt gucken wir mal überlappungsfrei runter, jetzt machen wir mal eine Gegenbewegung und da gucken wir mal, was das hier wird, was dieser Arm hier nach oben, was der dann wird. Also meine Prophezeiung an alle da draußen, die sich sowas wünschen, ist, ich sage euch, der Kurs wird noch mal dieses Tief nach unten durchstoßen. Wie tief, weiß ich nicht, aber zumindest mal so, dass es den einen oder anderen triggert, triggert, irgendwas zu tun, vielleicht Short-Positionen aufzumachen, vielleicht Long-Positionen jetzt zu schließen. Und mich würde es absolut nicht wundern, wenn der Kurs dann irgendwo da unten drunter dann sagt, na, 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 wir drehen wieder um. Damit solltet ihr auf jeden Fall rechnen. Das ist nicht untypisch. Das muss nicht sein, das muss auch nicht jetzt so winzig sein, aber es ist sehr klassisch, dass der Kurs eben unter- oder überschreitet und anschließend dann den Drehrichtung macht. Insbesondere, nachdem wir schon so lange gefallen sind, wäre das gar nicht untypisch und würde nahezu danach rufen, dass wir diese Bewegung noch mal wieder in die mittlere Zone, wie das ist jetzt für heute zu früh, die können wir dann spezifizieren, wenn sich das tief ein bisschen herausstellt, aber dass der Kurs dann hier rauskommt. Das ist kein Versprechen, dass er das macht. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, ah, ich war hier oben long, jetzt bin ich im Minus, aber er sagt ja auch, der kommt noch mal hoch, dann bleibe ich einfach drin. Ne, ne, so funktioniert das nicht. Das ist ja nicht gesagt, dass der nicht durchfällt. Das hat woanders auch gut funktioniert, dass er einfach durchfällt, durch solche Tiefmarken. Aber es wäre zumindest mal sehr typisch, dass der Kurs mal eine Pause macht, nachdem er ja schon relativ stark und weit hier gefallen ist. Typisch finde ich super, um einen neuen Trade abzuwarten. Typisch finde ich nicht ausreichend, wenn es darum geht, nö, absichern muss ich mich nicht. Typischerweise schaffe ich es heil über die Autobahn zur Oma, aber Anschnallgurt, Airbag sagt man ja nicht, nö, typischerweise geht das gut, brauche ich heute nicht. Also, dass ihr das versteht. Typischerweise kann ich frohen Mutes einsteigen und gucken, dass es so passiert. Aber Stops, Absicherungen, hat damit erstmal nichts zu tun. Ist nicht das Thema dieses Videos, wäre ein extra Beitrag. Aber nochmal so zur Erinnerung, dass ihr nicht euch dazu sicher fühlt, oh, so hat das gezeichnet, so würde es mir auch gefallen. Dann passiert das doch bestimmt so, hat er doch auch sich gewünscht. So, also, das ist der Nasdaq jetzt. Das grundsätzliche Prinzip ist das gleiche. Insofern gilt dort ebenfalls wohl vorläufig eher die Abwärtsseite. Zumindest sehe ich noch nicht die Aufwärtsseite. Sobald der Kurs mal Intraday sowas macht, sowas macht, würde ich natürlich sehr gerne wechseln. Achtet da drauf, insbesondere für die Feierabendhändler unter euch, die sagen, oh, komm, nachmittags, abends kann ich da nochmal was machen im Intraday-Chart, 5-Minuten-Chart. Dann wäre das durchaus in Ordnung. Solange er aber wackelig hochgeht, wo auch immer dann die nächste Gegenbewegung ist, ist das ein Zeichen. Nee, nee, geht wohl noch eher nach unten. Das gleiche Prinzip gilt auch für den DAX, aber der hat was Schickes gebaut aktuell. Und das ist eigentlich der schöne Abschluss hier der Geschichte. Hier hat man zumindest mal den Eindruck, das könnte auch locker ein Fünffäller sein. Und dieser Rücksetzer ist von den Größenordnungen durchaus passend, hier an der Stelle ein Long-Signal zu geben. Also, aus der Sicht, auch wenn das hier ziemlich langsam nach oben gegangen ist, wir dürfen nicht vergessen, das ist Nachthandel gewesen. Drei Uhr Nacht sind die meisten nicht unbedingt im DAX unterwegs. Morgens um acht waren wir dann hier. Der Anstieg zählt, aber wenn ich diese Zeitverzögerung durch Nachthandel rausnehme und nur einfach den Anstieg nehme, dann sieht dieses Verhaltensmuster so aus und damit ist das ein wunderbarer Fünffäller überlappungsfrei. Also, ich finde das nicht schlimm, dass er das macht. Insgesamt die Aufwärtsbewegung also durchaus fünfwellig. Das letzte Zwischenhoch ist dieses hier. Wir sind auch hier, so ähnlich wie wir das gestern, allerdings in der anderen Richtung beschrieben haben, abwärts unterwegs. Der Rücksetzer, den wir haben, ist in diesem Fall tief genug runtergegangen. Warum ist tief genug runtergegangen? Ich mag ja gerne, wenn der Rücksetzer irgendwo in diese Box reinläuft. Also, Symmetrie passt, der Rücksetzer, das Niveau passt hier an der Stelle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der DAX jetzt hier eine realistische Chance hat, irgendwo in diesem Umfeld hier in den Dreh reinzukommen. Ihr seht, wir haben hier mehrere Unterstützung irgendwo in dem aktuellen Bereich, wo wir jetzt sind, 12.600 circa bis von mir aus auch 12.560. Wer so lange warten will, könnte auf den Bruch dieser Hochmarke warten. Das ist das Nachmittagshoch, was wir heute hatten, ungefähr bei 12.740. Ein bisschen höher war es jetzt hier. Oder aber ihr guckt auf der kleineren Zeitebene, ob wir hier im Kleinen so etwas bekommen. Dann könnt ihr natürlich versuchen, hier vorne schon reinzukommen mit der hoffnungsvollen Erwartung, dass der Kurs irgendwie sowas im Anschluss hier nochmal baut. Also, das ist keine Ankündigung, dass das passiert. Er hat noch nicht angefangen zu drehen. Aber es ist zumindest mal ein Hinguckermarkt für mich aktuell in den nächsten paar Punkten. Aber wenn er hier durchgeht, spätestens wenn er durch die 12.537 geht, hier bei der 78er Marke, dann ist meine Long-Idee rum. Aber wenn er oberhalb bleibt und dann vor allen Dingen idealerweise auf kleinerer Ebene, 5-Minuten-Chart oder wie auch immer sowas hier zaubert, hervorragend, dann ist nämlich das, was wir hier haben, so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben, mit der Erwartungshaltung, dass das nachher noch zu mehr wird. Also, ihr seht so in etwa, worauf das hinausläuft. DAX also gar nicht so uninteressant. Ob er es tut, werden wir sehen, aber wie man es erkennen kann, habe ich euch jetzt aufgemalt. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute für eure eigenen Handelsentscheidungen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Ich drücke euch die Daumen, sage ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.